Hallo und Willkommen, meine Damen und Herren, willkommen in der Musikschule B&B Musikstudio in Berlin. Mein Name ist Bruno Werner, ich spiele Tenor Saxophon. Und ich spiele euch heute einen Groove, meiner Groove-Score von Frau Pintzer. Das Stück steht in E-Moll. Los! Und los geht's! Nummer 3, Groove Minor. 1, 2, 1, 2, 3. Nummer 4, 2, 3. K. Musik 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 Okay, vielen Dank, das war es. Als nächstes stelle ich euch ein paar Übungen für Obertöne auf dem Saxophon vor. Obertöne sind vorbereitende Übungen, um Flageolet-Töne zu spielen. Okay, meine Lieben, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.